Und Armin Laschet begrüße ich jetzt live im WDR-Studio in Aachen. Schönen guten Abend. Grüß Gott nach Wien. Guten Abend. Herr Ministerpräsident, was macht es eigentlich so sicher, dass Sie die Corona-Situation in Ihrem Bundesland unter Kontrolle haben? Sicher ist man nie, aber man tut alles, damit die Zahlen runtergehen. Wir haben mit den Öffnungen hier ungefähr am 20. April begonnen. Eine zweite Welle dann am 6. Mai, also vor circa zwei Wochen. Und ich sehe heute, dass sich die Zahl der Infizierten entgegen mancher Prognose halbiert haben in Nordrhein-Westfalen, so wie übrigens in ganz Deutschland. Und deshalb sind hier auch in Ihrem Bericht gerade erwähnten Fälle, wo lokale Hotspots sind, jetzt die, um die wir uns kümmern. Wir haben manche Kreise im Land, da gibt es noch einen oder keinen einzigen Fall mehr. Aber das Beispiel Coesfeld in der Fleischindustrie hat gezeigt, man muss dann regional reagieren. Und das ist für ein Land wie Nordrhein-Westfalen mit 18 Millionen Einwohnern auch besser, als gleich das ganze Land zu schließen. Und ich hoffe, dass uns das auch in den nächsten Wochen gelingt. Aber Sie haben wegen diesem Fall in der Fleischfabrik sogar den Notfallmechanismus, der kurz davor eingeführt wurde, aktiviert. Ihr Bundesland hat nach Bayern die meisten Infektionsfälle in absoluten Zahlen in Deutschland. Und selbst die Bundeskanzlerin sagt, sie seien zu forscht mit ihren Lockerungen vorgegangen. Warum sind Sie nicht vorsichtiger, so wie Ihre anderen Amtskollegen? Na ja, was heißt, wie meine anderen Amtskollegen, der Ministerpräsident von Thüringen, von der Partei Die Linke, hat gerade angekündigt, dass am 8. Juni weder Maskenpflicht noch Abstandsregeln noch etwas anderes in Thüringen gilt. Und wir haben in fast allen deutschen Ländern, übrigens auch in Bayern, ähnliche Bedingungen wie in Nordrhein-Westfalen. Denn es gibt gewisse Unterschiede in der Zeitfolge, wann man was umgesetzt hat. Aber die Maßnahmen sind weitgehend identisch, Schritt für Schritt, Tasten zu sehen, wo können wir auch Lockerungen wieder ermöglichen. Und mir war in der ganzen Krise, in den ganzen letzten Wochen immer sehr wichtig, wir müssen abwägen. Auch der Lockdown hat Schäden verursacht, auch gesundheitliche Schäden. Menschen sind nicht mehr zum Arzt gegangen, dringende Operationen sind verschoben worden. Wir haben Kindeswohlgefährdungen, wir haben Menschen, die durch Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit in Depression verfallen sind. Also unser Ansatz war immer ein breiterer, nicht nur auf die Infektionszahlen schauen, sondern insgesamt sehen, welche Schäden richten wir für unser Land an. Nur eine kurze Klarstellung, die Eröffnung in Thüringen ist am 6. Juni, nicht am 8. Juni. Aber weil Sie sagen, man muss alles beachten. Wenn wir zum Beispiel Österreich und Nordrhein-Westfalen vergleichen. In Österreich mussten große Geschäfte, etwa Möbelhäuser, zwei Wochen länger geschlossen halten, als in Ihrem Bundesland in Nordrhein-Westfalen. Kinos dürfen bei Ihnen schon nächste Woche aufsperren, bei uns erst in einem Monat. Und dabei hat Österreich umgelegt auf die Bevölkerungszahlen sogar weniger Fälle, als sie. Schaden all jene Politiker, die jetzt noch geschlossen halten, der Wirtschaft? Also das Beispiel mit der Möbelindustrie war so ein besonderes. Wir hatten für uns gesagt, dass die Möbelindustrie in Nordrhein-Westfalen besonders stark ist. Wenn wir Autohäuser öffnen, um die Automobilindustrie wieder in Gang zu bringen, dann gilt das auch für Möbelhäuser. Da waren wir am Anfang die einzigen. Aber dann hat ein Gericht in einem anderen Bundesland entschieden, es ist sachlich nicht gerechtfertigt, Möbelhäuser zu schließen und Autohäuser nicht. Und das ist ohnehin die Situation, in der wir uns im Moment befinden, dass auch Gerichte sagen, ein solch massiver Grundrechtseingriff, wie wir ihn seit 70 Jahren nicht mehr gehabt haben. Gewerbefreiheit, Bewegungsfreiheit, Reisefreiheit, Religionsfreiheit, das Recht auf Bildung. Wenn man das so stark einschränkt, dann muss man eine gute Begründung haben. Eine Begründung, die mit einer bevorstehenden Katastrophe grundrechtsgemäß überhaupt nur begründbar ist. Und da waren am Anfang die Bilder aus Bergamo, aus Italien, die, die auch uns dazu geführt haben, sehr schnell diesen Lockdown zu beschließen. Aber jetzt, wo die Infektionszahlen so deutlich heruntergehen, in ganz Deutschland vielleicht noch 600, 700 pro Tag im Moment, 3% aller Intensivbetten werden überhaupt nur von Corona-Patienten im Moment belegt in Nordrhein-Westfalen, dann sehen Sie, man muss dann zu einer neuen Bewertung kommen. Österreich war da etwas vor uns. Österreich, finde ich, hat auch nach Ischgl den Weg durch die Krise gut bewältigt. Und insofern müssen wir jetzt sehen, wie wir das auch in Deutschland in den 16 Bundesländern vergleichbar hinbekommen. Aber Österreich macht verschiedene Bereiche, ich habe sie gerade vorgesehen, später auf als Nordrhein-Westfalen mit weniger Krankheitsfälle. Deshalb nochmal die Frage, heißt das im Umkehrschluss Ihrer Theorie, dass all jene Länder, die jetzt noch zusperren, der Wirtschaft bewusst schaden, unnötig schaden? Nein, das muss ja jedes Land für sich beurteilen. Ich kenne jetzt nicht jede einzelne österreichische Regelung. Die Kinos sind möglicherweise eine Ausnahme. Aber ansonsten ist das Geschäft, das Restaurantleben in Österreich wieder da. Die Gastronomie hat geöffnet, bei uns unter ganz strengen Voraussetzungen. Aber man muss jedem Ladenbesitzer, dem man untersagt, seinen Laden zu öffnen und wo man zum Teil auch Existenzen gefährdet, schon erklären, warum man das macht. Und wir tun das für unseren Teil so verantwortungsvoll es irgendwie geht. Und ich nehme das auch an, dass das die Österreicher genauso machen. Ein großes Thema dieser Tage ist ja ein Deal, den Angela Merkel und der französische Präsident Macron geschlossen haben. Ein Hilfspaket in der Höhe von 500 Milliarden Euro für die besonders betroffenen Gebiete, also vor allem Italien und Spanien. Das Besondere darin ist, es sollen echte Zuschüsse sein und keine Kredite. Alle EU-Länder nehmen also jetzt Kredite auf und überweisen das Geld als Zuschuss diesen Ländern. Ist das nicht eine Vergemeinschaftung der Schulden, vor der auch immer die CDU gewarnt hat? Nein, das würde ich nicht so sehen. Vergemeinschaftung der Schulden hat ja in der gesamten Phase, seit wir den Euro haben, gemeint, dass erstmal jedes Land für seine Schulden haftet und auch für seine eigene Finanzpolitik haftet und es verpflichtet ist, sich im Rahmen der Maastricht-Kriterien zu bewegen. Da konnte man individuelle Schuld eines Landes ablesen. Wir sind aber jetzt in einer Lage in Europa, dass die Pandemie alle Länder unverschuldet getroffen hat, in unterschiedlicher Intensität. Und aus meiner Sicht haben wir in den letzten Wochen ohnehin zu viel nationalstaatlich agiert. Das Grenzschließen beispielsweise war ein nationaler Reflex. Bei uns ist es hier gelungen, dass wir die Grenze zu Belgien und den Niederlanden immer offen gehalten haben, aber über die Grenze hinweg gemeinsam das Gesundheitsmanagement und die Pandemiebekämpfung vorangebracht haben. Jetzt werden Grenzen Stück für Stück wieder geöffnet. Da kommt Europa ein Stück zurück. Aber jedem ist klar, insbesondere in Deutschland, dass wir in Deutschland und ich glaube für Österreich gilt das ähnlich, nicht wieder wirtschaftlich auf die Beine kommen, wenn nicht ganz Europa stark ist, wenn nicht auch Italien, Frankreich, Spanien und die anderen Mitgliedstaaten zu alter Stärke zurückfinden. Und deshalb ist das eine historisch einzigartige Situation. Wir brauchen ein großes Volumengeld, um jetzt die Länder zu stabilisieren. Und nur dieser eine Fall, für den werden jetzt Kredite aufgenommen, mit dem einzigen Zweck, den Binnenmarkt wieder handlungsfähig zu machen. Die Altschulden, die jedes Land hat, sind davon nicht betroffen. Insofern wird da auch nichts vergemeinschaftet. Aber dieser Deal hat scharfe Kritik gebracht von vier Ländern, darunter auch Österreich, aber auch die Niederlande, Schweden und Dänemark. Die warnen eben vor so einer Schuldenunion. Und ihr Kollege Norbert Röttgen kritisiert wiederum vor allem Österreich und Sebastian Kurz dafür und nennt die vier Staatschefs in der morgigen Süddeutschen Zeitung die geizigen Vier und deren Vorschlag eine einzige Provokation. Sehen Sie das wie er? Also ich finde, diese Adjektive helfen nicht weiter. Am Anfang sind die vier Länder hier in Deutschland auch beschrieben worden, als die sparsamen vier, so als wären Deutschland und Frankreich nicht sparsam. Also weder das Adjektiv sparsam noch geizig ist richtig. Man muss eine sachgerechte Lösung finden. Und ich teile eher die Position, die Angela Merkel und Emmanuel Macron entwickelt haben. Den Ländern, die ohnehin schon Schulden haben, jetzt noch neue Schulden aufzubürden, ist eigentlich nicht die Antwort, die wir in der Krise brauchen. Ich denke, dass in der nächsten Woche ja die Europäische Kommission auch einen Vorschlag machen wird. Dann wird man auf dem Europäischen Rat sich verständigen müssen. Und möglicherweise gibt es eine Mischung aus beidem, dass man bei einem Teil noch darüber nachdenkt, auch Kredite zu geben. Aber ich glaube, in der jetzigen Phase brauchen wir einen substanziell starken Beitrag, wo alle gemeinschaftlich Kredite aufnehmen, damit die ganze Europäische Union wieder handlungsfähig wird. Und das gilt jetzt mal im nationalen Eigeninteresse für Deutschland und Österreich und andere Länder, die sehr viel exportieren. Dass Europa stark wird, gilt aber umso mehr im Wettbewerb mit den USA und China. Wir erleben doch, dass das die Weltmächte sind, die im Moment sehr viel Einfluss ausüben. Und nur wenn Europa als Ganzes wieder stark wird, haben wir überhaupt eine Chance, uns mit unserem Menschenbild, mit unseren Wirtschaften in dieser Welt durchzusetzen. Auch deshalb glaube ich, dass eine so große Kraftanstrengung jetzt richtig ist. Herr Ministerpräsident, vielen Dank für das Gespräch. Bitteschön. Vielen Dank.